Ressentiert im RobiDigital Ready! Hörst du so ein Gesinger-Ethanalob? Muss du nicht retten? Nein! Fertig! Aber es leuchtet nicht mehr dort? Nein! Muss es leuchten? Nein, fang jetzt an! Fertig! Schätzte Damen und Herren, ich begrüsse euch recht herzlich zur Pressekonferenz des Sudhauspaar. Speziell begrüsse ich die zahlreichen Vertreter der Medien. Wir hoffen natürlich auf eine wohlwollende und gut gesinnte Berichterstattung in den monagen Zeitungen. Oder für die, die noch einmal in der Woche eine Zeitung herausbringen, nächstes Donnerstag. Heute ist der Startschuss auf einem neuen Projekt von YFNDX, Sudhauspaar. Wir haben gedacht, nach dem ersten Anlass auf dem Turm oben, wie auch bei der Tower-Party vor zwei Jahren. Letztes Jahr, seit aller Reiterspiele, wo wir um den Turm sind, wagen wir uns ein Brauturm. Und nicht in irgendeinen Raum, sondern in der Raum, wo am meisten Geschichte damit verbunden ist, ist hier das Sudhaus. In Zusammenarbeit mit Togosystem.ca und etwa 5 oder 6 Kubik Holz werden wir den Raum in eine schmuckige, stilvolle, gemütliche Lounge und Bar verwandeln. Das Ganze wird etwa 3 Meter weiter oben sein. Und selbstverständlich werden wir an dieser Bar als richtige Bier ausschenken. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, unserem Hauptsponsor Danke zu sagen, für die Zusage zur Zusammenarbeit. Und ich denke, auf dieses Abend haben wir einen Schluck genommen. Danke Hof der Bier und Prost miteinander. Hägi, hast du noch etwas? Ja, ich glaube, nachdem du jetzt fast eine halbe Stunde gerettest, nein, ich glaube länger. Merci. Gut, ich danke für die Aufmerksamkeit. Und da darf euch nachher alle zum Aperol einladen. Danke vielmals, dass ihr gekommen seid. Alle Hetzte der Uhr, meine Tatsche!